Musik Ich muss euch noch diesen tollen Kommentar zeigen, von der Andrea Beide, und ich finde das so süß, was ihr geschrieben habt, super, mach weiter, so herzlichen Glühstrom, auf die nächsten tausend, auf deiner Leiter, und ich finde das so witzig, Glühstrom, das ist doch mal toll, oder? Also, vielen Dank für diesen super Kommentar, der hat mich jetzt sehr erheitert, er freut mich richtig, danke. Hallo, Lieben, und herzlich willkommen, ich bin Wapsi von Wapsis Bastelwerkstatt, und heute ist es Zeit für die Gewinner von unserem tollen Gewinnspiel für 4000 Abonnenten, und ich bin total überwältigt, ja, weil es waren ganze 157 Kommentare von euch, und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch allen bedanken, bei allen, die mitgemacht haben, für diese wundervollen, vielen, lieben Worte. Hat mich sehr gefreut, ich werde jetzt dann auch noch kleine Kerzchen verteilen, und habe mir die gestern Abend schon mal alle durchgelesen, und heute habe ich eben das Gewinnspiel ausgelost, und ja, ich bin total happy und freue mich sehr, dass ihr das so toll, dass ihr so toll mitgemacht habt, und dass ihr mir so viele liebe Zeilen geschrieben habt. Also vielen Dank an alle. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Preisen. Ich habe es diesmal so gemacht, dass ich alles am Stück aufgenommen habe, die Verlosung, und das spiele ich euch jetzt quasi ein ins Video, und melde mich quasi danach jetzt gleich nochmal, also ich rede jetzt eigentlich weiter, aber ihr seht jetzt in der Zwischenzeit noch kurz das Gewinner, die Verlosung eben. So, ihr Lieben, und jetzt kommt Platz Nummer 3. Und der Gewinner ist Ines Müller. Hallo Babsi, herzlichen Glückwunsch zu den 4000 Abonnenten. Vielen Dank für deine tollen Videos. Herzliche Grüße, Ines aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ines. Das war Preis Nummer 3. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Preis Nummer 2. Und Start. Renate Lambertz. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Liebe Grüße, Johanna. Herzlichen Glückwunsch, Johanna, zu Preis Nummer 2. Und wir machen auch gleich nochmal weiter mit Preis Nummer 1. Und Start. Und Start. Renate Lambertz. Herzlichen Glückwunsch zu den 4000. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch, liebe Rihanna. Renate, Entschuldigung, wenn man liest und schrisch gleichzeitig dann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Renate. Genau. Ihr habt gesehen, wer gewonnen hat. Ich sage herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Preis Nummer 3. Hat Ines Müller gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ines. Und ich würde dich bitten, so wie alle anderen Gewinner auch, dass du dich meldest bei mir. Dass ihr euch meldet bei mir per E-Mail an babsisbastelwerkstatt.gmail.com. Mit eurer Adresse, dann kann ich euch die Preise zuschicken. Und bitte meldet euch bis zum 10.8., weil wenn ihr euch nicht meldet, dann verlose ich nochmal neu. Also den Gewinner würde ich dann auf meiner Webseite www.babsis-bastelwerkstatt.de verkünden. Aber in der Regel meldet ihr euch ja eigentlich und dann passt es auch. Aber falls ihr euch jetzt eben bis zum 10.8. nicht meldet, würde ich nochmal neu losen. Den zweiten Preis hat gewonnen die Johanna. Und den ersten Preis die Renate Lambertz. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und wie gesagt, bitte meldet euch bei mir. Und schreibt mir eure Adresse, dann kann ich euch eure Preise zuschicken. Und vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Es gibt ja hoffentlich nochmal ein Gewinnspiel bei 5000 Abonnenten. Und ja, ich drücke euch auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal die Daumen. Von dem her, nicht den Kopf hängen lassen. Die nächste Chance kommt bestimmt. Und, was ich eigentlich sagen wollte, ja, also 157 Kommentare ist schon viel. Aber immer noch die Chance zu gewinnen ist immer noch größer als beim Latte spielen. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.